So, wir kommen zurück zu Let's Play MB2, Spezialein, Missionen, Kooperativ mit mir und dem kleinen Mann, jetzt kommt, vorschuss und sichern. Oh, das ist so schlimm. Ich hasse es, ne? Das war doch so, was jetzt kommt. Sollten wir das jetzt paratieren? Die da oben, die facken ab. Ja, und da keinen Bock mehr drauf haben, dann leckt uns die ein bisschen. Ich hasse diese Mission. Was ist das? Bob, das Bosse! Nein, 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 nein! Mann, wir hätten uns ausrüsten können. Scheiß auf! No, no! Ja, tschuldigung. Ich glaube, wir bringen uns jetzt nochmal hin. Um jetzt auszurüsten. Wir sind ganz gechillt, ganz nach so einem Vorrücken. Boah, da gehen sie schon wieder. Ja, da, Alter. Die Mümmelste da oben, die Nerven so. Weißt du eigentlich schon, was ich festgestellt habe? Wir brauchen eine Kampagne hier, ne? Wo, äh, übrigens ist das hier sowas der Kampagne. Du musst eh 90%, wenn nicht sogar 95%, aller Gegner musst du selber machen. Weil, die KI ist einfach... Macht nichts. Die Baller sind einfach zu rum. Du musst drauf. Prost. Und wenn man hier überall Laser... 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 So, wir durften eine Granate essen. Aber auch nicht. So, bist du jetzt? Nee. Nee. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Lauf, 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 lauf. Und, das ist doch einer. Egal. Oh, sind ja echt schnell. Haut da rein. Wie, das war's? Ja. Dafür machst du so einen Aufstand? Ja, das ist sonst immer voll schwer. Ja. Tschüss.